Einen wunderschönen guten Tag an alle Szenerste und Szenerste draußen. Willkommen wieder bei MovieCheck und zur Filmkritik zu Fast & Furious 10 bzw. Fast X. Und ich muss euch sagen, dieser Film hat mir einiges abverlangt. Nun, das Fast & Furious Franchise hat mal angefangen mit Street Credibility, Muscle Cars, gepimpten Cars, Autorennen und einfach nur einem geilen Gefühl, das mich auch damals richtig angesprochen hat. Ich fand es geil, ich fand es nice, ich fand es cool. Das war so etwas wie nur noch 60 Sekunden in noch schneller und teilweise auch noch besser. Also das war wirklich der Startschuss für eben dieses Franchise, was aber dann so mit Fast 4 und Fast 5 quasi immer absurder geworden ist. Immer größer, immer höher, immer weiter, fraglich immer besser. Und Fast 9 war damals meiner Ansicht nach der traurige Höhepunkt. Fast 10 macht insofern tatsächlich einiges anders als sein Vorgängermodell. Trotz alledem gibt es auch hier immer wieder kleinere Probleme, die letzten Endes auch die Street Credibility des Franchise meiner Ansicht nach mit nach unten ziehen. Ob das so sein muss? Naja, darüber wollen wir jetzt hier in der Review sprechen. Fast and Furious 10 spielt einige Zeit nach Fast 9. Jacob ist quasi untergetaucht und Vin Diesels Dom Torato, der große Bruder von Jacob, führt sein Leben als Familienvater, als eine neue Nemesis aus der Vergangenheit ihm und seiner Familie nach dem Leben trachtet, nämlich Dante. Dante Reis, der Sohn von Henan Reis, der im fünften Teil auf einer besagten Brücke Rio de Janeros sein Ende gefunden hat. Und wie wir auch in der Intro-Sequenz des Filmes, einer Flashback-Sequenz sozusagen auch erfahren, auch beinahe seinem Sohn das Leben gekostet hat, der nunmehr fast 10 Jahre später auf Rache sind. Und diese Rache mit dem Namen Dante kann man eigentlich schon, wenn man sich den Trailer reingezogen hat und dann auch im Film sitzt und sich einfach dieses Feuerwerk, dieses CGI-Geballere anschaut, einfach nur mit Dantes Inferno in Verbindung bringen. Ich denke, deswegen heißt er auch Dante. Alles andere würde keinen Sinn machen. Nevertheless ist Fast 10 ein solider Actionfilm. Der ist richtig gut umgesetzt und meiner Ansicht nach auch einer der besseren Filme seit Fast 6 und allen voran seit Fast 7. Fast 7 fand ich hilarious, das fand ich richtig schön, ein Denkmal für Paul Walker. Fast 9 dagegen, boah, Schmutz. Fast 8, naja. Und jetzt Fast 10, meiner Ansicht nach, kriegt es wieder irgendwie hin, die Kurve zu kriegen und eben nicht zu überdrehen und aus der Kurve rauszufliegen. Fast 10, so gesehen, geht einen, meiner Ansicht nach, soliden Mittelweg. Absurd bis zum Geht nicht mehr, natürlich, aber nicht so absurd, dass es uns wieder in den Weltraum verschlägt, wie noch zuletzt in Fast 9. Insgesamt darf man auf jeden Fall sagen, hier ist Action pur in jeder Szene generiert. Selbst in den Sequenzen, wo es ruhig ist, wo Kommentare gegeben werden, wo Dialoge geführt werden, ist die geballte Ladung von Testosteron, und auch in entsprechenden Sequenzen, wo Women Power an den Tag gelegt wird, jederzeit zu spüren. Die sind alle gepimpt bis zum Geht nicht mehr und dementsprechend auch in den ruhigen Sequenzen ist irgendwie immer Action mit dabei. Zumindest eine entsprechend spannungsgeladene Stimmung vorherrschen. Ist das schlecht? Nein, um Gottes Willen. Ansonsten würde man den Film wahrscheinlich gar nicht ertragen. Ansonsten hätten wir auch die vorherigen sieben Filme, die ersten drei Filme, inklusive Tokyo Drift, nehme ich jetzt erstmal raus, nicht ertragen können. Dann wären wir alle vorzeitig rausgegangen. Also die Spannung muss einfach in so einem Franchise bei der Laufzeit etwas mehr als zweieinhalb Stunden oder fast zweieinhalb Stunden auch immer gegeben sein. Ansonsten verliert man das Publikum. Und das muss man, trotzdem, dass es hier Plotholes gibt, trotzdem, dass es einfach nur CGI überladen ist und quasi Actionsequenz an Actionsequenz jagt, muss man sagen, es ist ja schon auch ein Erfolgskonzept, wenn man diese Spannung, diese Atmosphäre auch durchziehen kann, durchgehend halten kann und das irgendwie dazu führt, dass man als Zuschauer nicht eben den Faden verliert und eben nicht vorzeitig sagt, okay, die 22 Euro für eine entsprechende Erfahrung in einem entsprechenden D-Box-Sitz, die brauche ich jetzt nicht, ich hau ab. Nein, man bleibt stoisch sitzen und lässt dieses Actionfeuerwerk abfackeln, unabhängig davon, ob man die Story in irgendeiner Art und Weise logisch oder nachvollziehbar finden kann, muss oder auch eben nicht. Dementsprechend haben wir, wenn wir über den Cast reden, natürlich auch die Creme de la Creme des Actionkinos inzwischen mit dabei, abseits dessen, dass wir natürlich hier nicht unbedingt den kompletten Cast der Expendables haben, aber wahrscheinlich kommt das ja noch. Es werden ja trotzdem, dass ein, sich nur zwei weitere Filme erscheinen sollten, immer noch fortlaufend neue Filme angekündigt. Jetzt wird aus dem zweifachen Finale ein Trilogie-Finale. Es hört einfach nicht auf. Man wird dieses Franchise wahrscheinlich zu Tode drehen und wird wahrscheinlich erst am Ende sein, wenn Vin Diesel einfach nicht mehr kann. Man weiß es nicht. Nevertheless, Vin Diesel ist der Startpunkt. Er ist der Dreh- und Angelpunkt für das komplette Fast and Furious-Franchise. Damals in Fast 7 noch gemeinsam mit Paul Walker, zumindest größtenteils, und nunmehr auch als Solo-Charakter quasi der Einzige, der sich als Familienoberhaupt tatsächlich auch entsprechend inszenieren kann und auch meiner Ansicht nach darf. Als Main-Villain, als Hauptantagonist, kommt Jason Mamoas Dante ums Eck, der wirklich charismatisch ist. Der ist für mich der Joker des Fast and Furious-Franchise. Einen noch verrückteren und absurderen Charakter haben wir in diesem Franchise tatsächlich nicht gesehen. Und das meine ich hier deutlich positiv, weil er wirklich, wie der Joker aus dem DC-Universe, aus den Comics oder whatever, einfach nur verrückt ist. Er ist absurd. Er ist seinen Gegnern, in dem Fall der Familie Toretto und dem Freundeskreis, dem Clan Toretto, immer mehrere Schritte voraus und weiß tatsächlich immer um die ein oder andere Wendung schon vorher Bescheid, um dann auch noch sich hier quasi zu retten, beziehungsweise seinen Kopf doch noch im letzten Moment aus der Schlinge zu ziehen. Das ist sehr cool gemacht. Der Charakter sehr spannend geschrieben. Die hochlobenden Töne, die ihm möglicherweise sogar Oscar-Chancen einrechnen, die würde ich hier nicht teilen. Er ist ein grundsolider Charakter. Er ist fantastisch geschrieben. Die Backstory macht okay. Ja, hier und da tatsächlich Sinn. Nevertheless, fragt man sich trotzdem, was ist in den letzten zehn Jahren passiert? Warum kommt er jetzt erst auf den Plan? Hoffentlich werden wir diese Frage auch noch beantwortet bekommen in entweder Fast 11, Fast 12 oder Fast 13 oder wie es auch immer weitergehen mag. Dann haben wir noch den entsprechenden Sidecast. Wir haben Michelle Rodriguez, die als Letty zurückkehrt. Wir haben Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang und auch den ein oder anderen Auftritt von Charakteren, die man so mitunter nicht erwartet hätte, selbst wenn der Trailer eine entsprechende Sequenz suggeriert, beispielsweise Jason Statham und noch viele, viele andere. Es gibt zwei wichtige Cameo-Auftritte, die ich euch aber auch Spoiler-Gründen nicht hier vorwegnehmen möchte. Da sind auch wieder zwei Rückkehrer mit dabei, mit denen man so vorab nicht unbedingt rechnen würde, aber sie sind hier am Start. Und das bringt mich auch zu einem der größten Probleme, das ich persönlich mit dem Fast & Furious Franchise habe. Konsequenzen, so wie sie in den Filmen bis dato und auch in Fast 10 angedeutet werden. Terminale Konsequenzen. Jemand wird vor laufender Kamera offensichtlich erschossen, ist tot oder jemand stirbt auf eine andere Art und Weise. Der wäre in jedem anderen Franchise tot. Hier haben wir aber ein Fable dafür, Todgeglaubte tatsächlich wieder zurückkehren zu lassen. Und es sind nicht immer nur Todgeglaubte, es sind auch praktisch, faktisch Tote. Weil einfach die Physik an sich in gewissen Todesszenen der bisherigen neuen Filme einfach es nicht hergibt, dass man das hätte überleben können. Und trotzdem, ich muss es tatsächlich so formulieren, fickt das Fast & Furious Franchise abermals mit Fast 10 die Gesetze der Physik, der Biologie und was noch alles. Die grundlegenden Regeln, die grundlegenden Naturgesetze gelten in diesem Franchise nicht. Dementsprechend darf hier in diesem Franchise tatsächlich immer wieder jeder Charakter aufpoppen, der vermeintlich 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Filme zuvor das Zeitliche segnen musste. Und meistens dann sogar noch einer dramatischen Sequenz. Dementsprechend, es wundert nicht, dass inzwischen ja auch wieder bekannt geworden ist, dass, ob das in diesem Film der Fall ist oder ob das sich auf zukünftige Filme bezieht, das möchte ich hier natürlich nicht vorwegnehmen, dass Paul Walker auch wieder eine Rückkehr ins Fast Franchise feiern wird. Es wird auch noch andere Rückkehrer geben. Okay, kann man natürlich alles machen, finde ich auch im Fall von Paul Walker nicht verwerflich, wenn dann die Brüder tatsächlich auch wieder mittels Motion Capturing-Verfahren seinen Konterfall quasi ins Fast & Furious Franchise zurückkommt. Das ist eine besondere Situation. Conan O'Brien ist ja nicht verstorben im Franchise, aber trotzdem ist das ja auch so eine Pietätssache, bringt man Paul Walker zurück oder eben nicht. Nevertheless, ich war bei verstorbenen Charakteren des Franchise und das finde ich einfach nur so traurig, weil wenn jeder Charakter, der in diesem Film im Fast Ten stirbt, auch wieder zurückkehrt, dann macht das einfach nur deutlich, dass es eine Beliebigkeit ist, dass es an sich vollkommen egal ist, sondern dass das Grundmotiv Familie über allem steht und die Familie auch Tote quasi beschützen kann und das finde ich schwierig. Es gibt hier eine Sequenz, die macht deutlich, dass hier tatsächlich Tabula Rasa betrieben wird. Die Szene fand ich auch gut, aber ich weiß jetzt schon, wie viele von euch, die den Film vielleicht heute oder die Tage zuvor gesehen haben, auch schon, die sind nicht tot. Leider Gottes. Es wäre interessant, es wäre schön, es wäre auch wirklich dramatisch, es wäre mal ein Wendepunkt in diesem Franchise, aber daran glaube ich tatsächlich nicht. Hier wird es noch die ein oder andere Wendung geben und auch andere Charaktere, die wie gesagt schon längst hätten tot sein müssen, kehren auch schon hier mit Cameo-Auftritten zurück. Warum, wieso, weshalb? Es ist einfach möglich und das ist das einzige Credo, was glaube ich für das Fast & Furious Franchise zählt. Alles, was möglich ist, ob es auch realistisch ist, egal, wenn wir es möglich machen können, dann machen wir es möglich und das ist quasi tatsächlich das Einzige, woran man sich beim Fast & Furious Franchise bei der Produktion orientiert. Ist es möglich? Wenn ja, wie viel kostet es? Okay, dann machen wir es. Dieses Konzept kann auf Dauer nicht gut gehen. Bei Fast 9 hat man den Karren schon fast gegen die Wand gefahren. Meiner Ansicht nach hat man ihn gegen die Wand gefahren. In Fast 10 hat man ihn tatsächlich wieder etwas aufpolieren können und so gesehen eine Geschichte erzählen können, die meiner Ansicht nach auch Sinn machte. Größtenteils langstreckig, die aber trotzdem auch von der Action richtig cool inszeniert war, von der Kameraführung, vom Soundtrack, vom generellen Sounddesign. Es hat mich einfach weggekloppt und der Main-Villain, der einfach mal komplett gezogen hat. Trotzdem, das Familienthema ist meiner Ansicht nach inzwischen komplett ausgelutscht und auch die Art und Weise, wie die Geschichte sich entwickelt. Muss man sagen, dass Fast and Furious 10 mitunter auch diverse Überschneidungen mit Filmen hat, wie beispielsweise Star Wars The Last Jedi. Ein Film, den ich abgrundtief verachte, der mitunter aber tatsächlich auch hier sich widerspiegelt, zumindest für mich. Und falls ihr den Film gesehen habt, könnt ihr vielleicht diesen Gedankengang auch nachvollziehen. Schreibt es mir in die Comments. Ich denke, es sollte klar sein, was ich damit meine. Dementsprechend, ich hoffe, dass die kommenden beiden Filme, die uns jetzt noch bevorstehen, tatsächlich dieses Franchise zu einem Abschluss bringen. Es wäre meiner Ansicht nach das Richtigste, das jetzt zu tun und Dominic Toretto und die Familie dann auch endlich mal zur Ruhe kommen zu lassen. Dementsprechend fällt auch meine Wertung aus. In der Filmwertung vergebe ich für Fast and Furious 10 bzw. Fast X noch 3 von 5 möglichen Punkten. In der Genrewertung 4 von 5, also insgesamt 7 von 10 möglichen Punkten für Fast and Furious 10. Einen Film, der genauso wie seine ganzen Vorgänger, mit Ausnahme vielleicht des ersten Teils, nichts für Personen ist, die mit Logik an einen Film herangehen, weil, Leute, logisch ist hier gar nichts. Absolut gar nichts. Von der Physik zur Story, es ist an sich alles total generisch und austauschbar, aber letzten Endes trotzdem Unterhaltung, insbesondere heute, da Vatertag ist. Ich habe es genossen, auch wenn das jetzt nicht so der Standardfilm ist, den ich mir normalerweise reinballer. Trotz alledem gute Unterhaltung und ich glaube, darauf kam es mir heute einfach auch an. Das war es von mir. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil. Das war es von mir.